Die ist gekehrt, ja, ja, da bin ich schon öfters zufrieden, habe mich immer gewundert, wieso das hier im tiefsten, tiefen Wald ist, aber da kann man mal sehen, wenn so eine Straße nicht benutzt wird, dann hält die ganz schön lange, weil die ist bestimmt jetzt schon 30, 40 Jahre, wo die jetzt ist, da ist nie was dran gemacht. So lange uns der Adolf nicht entgegenkommt, geht's, das ist ein Althaus-Adolf, da ist doch hier Förster gewesen. Ja, ich frage mich, ob der hier noch fährt. Wie bitte? Ja. Weißt du noch immer, wenn wir durch den Wald gefahren sind, dann hast du doch immer Angst, wie ein kleiner Wald. Ja, das war lange her. Ja, das ist ja auch nette Pferde, da fährt er nur das Biedern. Ja, ja. Aber ich habe da unten kein Schild gesehen, was es verboten wird, die Straße zu benutzen. Ja, 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 ja. Da steht, Achtung, denn deswegen steht Achtung. Was stand da gerade? Stand Achtung. Eigentlich ist das Dreieck, das ist vom Haus aus schon Achtung, wenn da noch ein Ausrufezeichen drinnen ist, dann ist das besonders Achtung. Ja, das war dann dann ein Dreieck mit dem Ausrufezeichen. Ja, ein Dreieck, das heißt immer Achtung. Das heißt hier in der Zeitung heißt Stich Achtung. Genau, und machst Ausrufezeichen da drinnen, dann streicht das Achtung. Das ist ja nicht von Achtung, da oben. Ober. Vielleicht hört die Straße aus. Nix hört nicht aus. Wacht. Da kommt jetzt an. Man darf es keinem erzählen, weil wenn Sie hier anfangen mit Motorrädern zu fahren, dann hast du hier nichts mehr verloren. Dann wird es brandgefährlich. Das würde man gar nicht wissen.